Die Thyssen Group Aktie, die gibt es aktuell für weniger als das vorhandene Netto Cash. Das heißt, würde jemand das komplette Unternehmen zum aktuellen Preis kaufen, würde er sogar noch Geld oben drauf kriegen. Aber es gibt einen Haken an der Geschichte. Ist Thyssen also die Turnaround Chance des Jahres oder droht vielleicht doch ein anhaltendes Fiasko? Meine Meinung dazu gibt es jetzt in diesem Video. Seid gegrüßt, liebe Vorsitzende, ganz herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Thyssen Group als Aktiengesellschaft, die waren einst ikonisch. Inzwischen haben sie massiv an Bedeutung verloren, nur noch im SDAX. Aber sie sind eben große Arbeitgeber, es stehen 27.000 Arbeitsplätze im Ruhrpott auf dem Spiel. Deswegen eine hohe Präsenz und die Präsenz hat sich jetzt entladen in einem riesengroßen Knall. Der Vorstand der Staatspartei ist rausgeflogen und aus Solidarität sind einige Aufsichtsratsmitglieder ihm nachgeführt. Unter anderem der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel. Der Knackpunkt einfach, die Stahlsparte, die liefert nicht. Und die liefert im Prinzip seit Jahren nicht, wenn nicht gar seit Jahrzehnten nicht. Und solange die nicht liefert, ist es schwierig, einen Käufer zu finden. Und das ist ein großes Problem für die Aktie. Und jetzt ist bereits der vierte Versuch, diese Stahlsparte zu verkaufen oder auszugliedern. Die Steel Europe, wie sie jetzt heißt, gescheitert. Und der Punkt ist einfach, diese Ausgliederung der Stahlsparte, das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt bei der Frage, ob Thyssen Group als Aktie Potenzial hat oder nicht. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, warum eigentlich niemand Steel Europe haben möchte. Erstens, die Stahlproduktion in Deutschland, die ist schon eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Albrecht Ritschel, Professor für Wirtschaftsgeschichte in der London School of Economics, der sagt schon vor über vier Jahren, was wir bei Thyssen Group sehen, ist eine Fortsetzung eines Upwards-Trends, der bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet ist. Die deutsche Schwerindustrie, die ist unter Weltmarktbedingungen niemals voll lebensfähig gewesen. Man könne hierzulande zwar, oder man sitzt ja zwar auf upigen Kohlefeldern, aber der Abbau sei schon seit jeher teurer gewesen und da lehrt eben auch die Stahlindustrie darunter. Zweitens auch diese jüngere deutsche Politik in den letzten 10, 15 Jahren mit diesem massiven Fokus auf Dekarbonisierung und Deindustrialisierung hat sich die Ausgangslage weiter verschlechtert. Sigmar Gabriel, der hat jetzt in einem Interview mit Capital erklärt, was die Europe aktuell versucht. Die wollen neue Stahlanlagen errichten, eine DRI-Anlage für die Produktion von grünem Stahl und sie bauen eine Gießwalzanlage im laufenden Betrieb um. Das habe noch keiner auf der Welt gemacht. Und weiter gehe das schief, steht die deutsche Autoindustrie still. Das heißt, was die Europe hier versucht, ist ein hoch riskantes Projekt. Gabriel sagt, das hat noch keiner auf der Welt gemacht. Ich sage, vielleicht liegt es ja auch darin, dass es wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll ist, so etwas zu machen. Und die Politik, speziell die SPD in NRW, die steht auf dem Stammpunkt, aber die Bundesregierung auch, die stehen auf dem Stammpunkt wirklich gegen Subventionen für das Projekt, aber wir erwarten eben auch, dass es erfolgreich wird. Das ist so, ja, Politiker denken eben, einen Haufen Geld verteilen für irgendwelche Projekte, die der eigenen Ideologie entsprechen, aber völlig ausblenden, ob das wirtschaftlich überhaupt Sinn macht, aber einfach mal davon ausgehen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Und schließlich der dritte Grund, warum es still Europe keiner haben möchte, es lasten hohe Pensionsverpflichtungen auf der ThyssenKrupp-Tochter im Umfeld und aktuell 2,8 Milliarden Euro heißt jeder, der bei still Europe einsteigt, der bindet sich nicht nur die gentischen Umbaukosten ans Bein und die hohen operativen Verluste, sondern eben auch diese Pensionsverbindlichkeiten. Also, nun dann, warum überhaupt die ThyssenKrupp-Aktie thematisieren in dem Video? Nun aus folgenden Kunden. Erstens muss man sich klar machen, dass Still Europe die Stahlsparte nur einer von insgesamt sechs Unternehmensteilen ist. Hier seht ihr die anderen Teile, die oberen drei, Material Services, Industrial Components und Automotive Technology, die sollen in dem Konzern bleiben, der Rest soll ausgegliedert werden. Dann zweitens, ThyssenKrupp hat im Juli 2020 seine Aufzugssparte für 17 Milliarden Euro verkauft. Das war ein absoluter Befreiungsschlag. Davor war kaum noch Eigenkapital da, jetzt steht das Unternehmen finanziell wieder bzw. noch relativ solide da. Und drittens, die Aktie ist extrem niedrig bewertet und zwar so niedrig, dass man, ich habe es eingangs gesagt, zumindest auf dem Papier noch Geld bekommt. Wenn man jetzt anteilseigner wird, konkret sieht das nämlich folgendermaßen aus. Ich habe euch mal die beiden entscheidenden Zeilen gelb eingegraut. ThyssenKrupp hat auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung bis Jahresende voraussichtliche negativen Enterprise Value von minus 1,83 Milliarden Euro. Bedeutet, negative Enterprise Value, das heißt, der Unternehmenswert nach Berücksichtigung aller Kassenbestände und Schulden. Und in der Grafik seht ihr, dass ThyssenKrupp bis zum Jahresende eine negative Nettoverschuldung von minus 3,8 Milliarden Euro haben durfte. Und minus mal minus bedeutet plus, soll heißen, ThyssenKrupp hat dann eine Netto-Liquidität von 3,8 Milliarden Euro, aber eine Börsenbewertung von nur noch 1,97 Milliarden Euro. Heißt, es ist tatsächlich so, dass es die Aktie für die Hälfte des Cashbestands zu kaufen gibt im Moment. Allerdings, und das ist eben der Haken an der Geschichte, sind da die Pensionsverpflichtungen bei diesen Verbindlichkeiten nicht mit eingerechnet. Die liegen insgesamt bei rund 5 Milliarden Euro, 2,8 Milliarden Euro davon, wie gesagt, gehören der Stahlsparte. Der Rest kommt durch die anderen Sparten dazu. Ein Satz dazu zu diesen Pensionsverbindlichkeiten, da muss man wissen, dass die sich von Jahr zu Jahr ändern können, abhängig vom Zinsniveau. Das hängt dann mit der Veränderung des Diskontierungsfaktors zusammen. Man kann aktuell von grob 5 Milliarden Euro ausgehen, aber wenn die Zinsen zukünftig wieder fallen würden, da spricht ja viel dafür, dann steigen diese Pensionsverbindlichkeiten wieder stark an. Das ist also eine relativ gefährliche Geschichte. Also auf den Punkt gebracht, wenn, und dieses wenn, das muss man eben ganz fett und groß schreiben, es dem Gesamtkonzern gelänge, die Steel Europe zu verkaufen bzw. auszubetern, ohne dass man Steel Europe noch einen Haufen Cash hinterherwerfen müsste, dann wäre ThyssenKrupp wirklich eine riesengroße Kaufchance, wenn nicht gar die Kaufchance schlechthin aktuell, wenn man einfach das Unternehmen quasi zur Hälfte des Cashbestands kaufen könnte und diese 2,2 Milliarden Euro an Pensionsverbindlichkeiten, die können dann auch noch locker stemmen. Aber weil eben keiner Steel Europe haben will aus den genannten Gründen, muss der Konzern eine gewaltige Mitgift auf den Weg geben, wenn man überhaupt einen Käufer finden möchte. Und da kann Sigmar Gabriel lang sagen, der Streit sei vollkommen sinnlos. Ein paar Milliarden Euro mehr oder weniger sind eben schon Grund für den Streit. Konkret sieht das so aus, wir haben hier Miguel Angel Lopez, den relativ neuen CEO des ThyssenKonzerns. Er sagt, 1,5 bis 2 Milliarden Euro an Mitgift für Steel Europe, das muss ausreichen. Der bisherige CEO von Steel Europe, der ist jetzt rausgeflogen, genauso wie die Aufsichtsräte zurückgetreten sind, die waren der Ansicht, die Mitgift müsse mindestens 4 Milliarden Euro betragen. Gabriel sagt, diese 1,5 bis 2 Milliarden, das sei schlicht nicht realistisch, dass die Stahlsparte den Rest selber erwirtschaftet. Und Lopez wende Gulag-Methoden an, also Methoden wie in russischen Straflagern, um Steel Europe effizienter zu machen. Lopez selber sagt aber, der Vorstand von Steel Europe hat jetzt mehrfach die Prognosen und Vorgaben katastrophal verfehlt, habe nach wie vor kein schlüssiges Sanierungskonzept. Ich sage, dieser Streit führt eben vollkommen am Kern des Problems. Wobei, da sind wir wieder ganz am Anfang des Videos, die Stahlproduktion in Deutschland ist eben nicht mehr wirklich wirtschaftlich sinnvoll. Und das wird jetzt versucht, mit der Produktion von grünem Stahl aus Deutschland mit Wasserstoff als Energiequelle zu ändern, was aber wirtschaftlich hinten und vorne nicht wettbewerbsfähig ist. Absolut das Harakiri aus meiner Sicht. Das heißt, man versucht, diese Fehler fortzuschreiben. Und deswegen ist doch vollkommen logisch, dass Lopez jetzt den Rotstift einsetzen will, die Produktion in Duisburg massiv zurückfahren will, 10.000 Arbeitsplätze stehen, aktuell auf der Kippe. Für mich, also es tut mir wirklich leid, weil ich bin als absolut überzeugter BVB-Fan seit über 40 Jahren, oft in Dortmund vor Ort, bin ein absoluter Fan des Ruhrgebiets. Deswegen tut es mir wirklich leid für die Leute, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es absolut alternativ für uns, meiner Meinung nach. Und eigentlich müsste man den ganzen Laden dicht machen in Duisburg. Und das schon seit vielen Jahren. Es traut sich eben nur keiner zu sagen, Geschwäge denn zu machen. Und der Gipfel der Scheinheiligkeit, der kommt wieder mal aus der Politik, speziell von Seiten der SPD. Da fordert zum Beispiel Jochen Ott, der Fraktionschef im NRW-Landtag, hinsichtlich des Verhaltens eines Aufsichtsrats von Siegfried Russ, wurden es sein rücksichtsloser Angriff auf die soziale Marktwirtschaft. Und er sei Mittäter. Die industrielle Herzkammer des Ruhrgebiets wurde hier kaputt gemacht. Und die SPD-NRW-Chefin Sarah Philipp, die sagt der ThyssenKrupp, er stehe für eine beispiellose Deindustrialisierungsagenda im Ruhrpott. Er habe als Cheflobbyist der deutschen Industrie versagt. Ganz ehrlich, wenn ich da, wenn ich sowas lese, werde ich richtig sauer. Denn das ist absoluter Bullshit. Denn diese beispiellose Deindustrialisierungsagenda im Ruhrgebiet, imbrigen in ganz Deutschland, die gibt es tatsächlich. Aber die hat nicht der arme Siegfried Russ vor ihm angestoßen, sondern allen voran die SPD und die Grünen mit ihrer hochgradig wirtschaftsfeindlichen Politik, die dafür gesorgt haben, dass kein deutscher Großkonzern mehr freiwillig in Deutschland investiert, sondern nur noch im Ausland, zum Beispiel auch BASF in China. Hier übrigens die beiden, ich sage mal, Spezialisten, vorsichtig formuliert bei der Arbeit oder dem, was sie für Arbeit halten. Ich weiß nicht, das vielleicht, ja, es ist nicht ganz, wie soll ich sagen, es ist einfach unglaublich, wie die Wähler hier für dumm verkauft werden sollen. So formulieren wir es mal so. Aber nochmal zurück zur Aktie. Hier der katastrophale Langfristchart von ThyssenKoop. Meine klare Einschätzung ist einfach die, die ThyssenKoop-Aktie, die könnte interessant werden, aber erst dann, wenn eine Ausgliederung von Steel Europe wirklich wahrscheinlich wird. Die Hoffnungen ruhen hier auf diesem Mann, dem tschechischen Investor Daniel Kretinsky. Der hat sich auf Betreiben von Lopez jetzt mit 20% an Steel Europe beteiligt. Wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Kretinsky auf 50% erhöht, dass es einen 50-50-Joy-Adventure gibt, dann könnte die Aktie interessant werden. Aber ich habe meine Zweifel, dass es so weit kommt und sage, bis dahin Finger weg von der ThyssenKoop-Aktion. Im Übrigen, anstatt dass man sich freuen würde, dass man endlich einen Investor gefunden hat mit Daniel Kretinsky, wird der jetzt wieder von allen möglichen Seiten angefeindet. Es ist einfach abstrus, was hier passiert. Egal, so viel von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich bin Armin Prag. Danke für sehen uns. Ciao, ciao.